Ich hab dann weitere Wahnvorstellungen entwickelt, dass ich gedacht hab, dass die Flugzeuge am Himmel, die ich draußen gesehen hab, Überwachungskameras haben. Ich hab dann auch Radio angemacht und hab gedacht, jedes einzelne Lied ist für mich geschrieben. Die Texte, das passt so eins an meine Situation. Das ist alles für mich geschrieben. Das dreht sich nur um mich, alles geht um mich. Ich bin Christina, ich bin 27 Jahre alt. Ich bin Hebamme von Beruf. Und ich habe vor fast sechs Jahren, nach der Geburt meines ersten Kindes eine schwere Wochenbett-Psychose erlitten. Ich hab mir mein Wochenbett komplikationslos vorgestellt und wunderschön. Ich hatte sehr hohe Ansprüche an mich. Ich bin ja schließlich Hebamme und die Fachfrau fürs Wochenbett und die Geburt.